Zeppelin, Prototyp 2, fliegt leider noch nicht. Das ist das große Ziel. Das ist das Ziel für die nächsten Jahre, einen Flughang Zeppelin zu bauen. Das erste Modell, da war die Steuerung so schwer wie das ganze Gerät hier. Das hat zwei Jahre gedauert bis zu dem Bauschritt zu kommen und da muss noch länger dran rumgebaut werden. Das mit den Propellern ist so, da ist das Besondere daran, dass man schaut besonders leicht zu bauen mit wenig Mechanik und möglichst wenig schweren Fischertechnikteilen. Da kann man jetzt, wenn was instabil ist, nicht einfach noch einen Träger zusätzlich reinsetzen. Das wäre nämlich zu schwer. Jetzt ist es ungefähr so leicht, dass man es mit zwei Fingern hochheben kann. Wir machen einmal die zwei Heckrotoren unterschiedlich steuern. Der Seite sind auch noch mal zum extra steuern. Die sollten gleich für zusätzlichen Auftrieb absorgen, aber der reicht noch nicht aus.